Hallo von unserem Power Cloud Stand. Heute habe ich bei mir unser Partner Xenso stehen. Hallo Felix, kannst du dich vielleicht kurz vorstellen? Gerne. Mein Name ist Felix Grundl von der Xenso Gruppe aus Freiburg und wir sind seit anderthalb Jahren Power App Partner und stolzer Part des Power Cloud Universums. Wie würdest du euer Produkt in drei Sätzen beschreiben? Unser Produkt ist eine Enterprise Output Management Lösung. Diese haben wir cloudfähig gemacht. Wir haben sie für die Energiebranche konfektioniert und wir haben sie an die Power Cloud angebunden. Durch den Enterprise Ansatz haben wir wahnsinnig viele Möglichkeiten auf die Events der Power Cloud zu reagieren. In diversen Output Formaten können Outputs generiert werden und können bereits zehn Kunden, zwölf Kunden jetzt erfolgreich im Go-Live begleiten. Was ist das Besondere für dich an E-World? Das Besondere für mich an der E-World, das wird wahrscheinlich vielen so gehen, ist, dass man heute Personen trifft, die man seit zwei Jahren jetzt online kennengelernt hat und jetzt das erste Mal persönlich vorfindet. Und es ist ein schönes Gefühl, auch mal wieder unter Leute zu kommen. Und ja, also das ist unterm Strich auf jeden Fall das Besondere, den persönlichen Kontakt wieder zu haben und die Leute, mit denen man so viel zu tun hatte, von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Was bedeutet es für dich heute, Teil von Power Cloud Community zu sein und heute hier bei uns auf unserem Stand zu sein? Also es bedeutet mir sehr viel, weil man auf diesem Messestand auch das erste Mal so richtig das Gefühl von dieser Community hat. Ja, wir haben uns zwar mit vielen Meetings, mit vielen Showfixes, mit vielen Partner-Management-Terminen versucht, diese Community quasi zum Leben zu bringen. Aber es ist natürlich noch mal was anderes, wenn man das hier vor Ort sieht, wenn man Teil davon ist, wenn man sieht, wie es lebt. Das ist schon toll, hier in Teil von zu sein.